So, ich hatte ja im letzten Video, hatten wir ja die Idee vorgestellt, die wir jetzt hier in die Tat umsetzen, um ein bisschen Geld für den Peacetrain und unsere Projekte zu generieren. Und, ja, passt schon, ne? So, ich wollte nur mal zeigen, dass ich ja jetzt schon auch dran arbeite und so. Und im Moment sitze ich an dem Bild, dass halt eben für die T-Shirts der Sonderaktion 100, für die ersten 100 T-Shirts, das da drauf kommen soll, da sitze ich jetzt dran. Ja, so, und ich hatte mir, wir hatten uns überlegt, eine schöne Idee wäre, als erstes Bild eines solchen, die Genesis. Zumal, ja, zumal. So, und dann habe ich mir erstmal, habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich hier so die wichtigen Punkte der Genesis, habe ich dann mal aufgeschrieben, so, ne, was passiert an den einzelnen Tagen. Ja, so, ne, und haben wir so die ersten Bilder schon gesehen, sieht man hier jetzt so hier Tag und Nacht und Land und Wasser mit den Geschöpfen des, der Luft, des Himmels und des Wassers. Wal hier und Krake, ne, und hier ist ein komischer Teufelsfisch und ein U-Boot, natürlich, darf man nicht vergessen. Komet hier und UFO auch und Galaxie, Gesundheitsrat und, äh, wissen wir nicht. So, und dann, was hier, kommen auch die Tiere, so, der, da hier, der T-Rex und der Elefant und hier kleine Würmchen, Frosch, auf dem Liegenblatt. Ne, so, hier ist Gott, der alles sich anguckt und sagt, gut, alles ist gut. So, und hier ist Adam, ne, und Eva, ne, und er so, hey, Rippchen, und sie so, äh, Adam, ich bin ein Kind von dir, es soll kein heißen. Dann wird die Alte erstmal zurechtgeschnitzt, ne, kaut da gerade auf dem Apfel rum, auf dem Foto hier. Und Adam fragt, ob der Apfel schmeckt. Und Gott guckt immer noch hin und findet alles gut. Ja, also, ne, das Bild wird am Ende völlig anders aussehen, aber work in progress sieht so aus. Brainstormen und einfach mal rumspielen und spinnen, Spaß an der Sache haben und dann kommen dann am Ende die Sachen da raus, die ich dann da rauskomme. Ja, ich wollte euch das mal gezeigt haben. Zwei T-Shirts sind schon weg, also bestellt, ne, aus, von, so. Es sind also noch 98 T-Shirts zu haben, äh, bestellbar unter Sonderaktion100 at mail.ru Schreibe ich hier auch nochmal drunter. Ne, könnt ihr, und im letzten Video, und in den nächsten Videos noch viel mehr dazu. Ähm, ich verabschiede mich mit einer Träne im Knopfloch und schweren Herzens. Bis zum nächsten Video. Gut.